So Jetzt kommen wir leider hier schon nicht weiter Oder? Ne So, müssen wir leider doch einen offiziellen Weg über die Plattforms Boah, er hat so eine richtig ekelhafte Kinderstimme, ne? Ekelhaft So, ich muss auch noch was Schönes Kann ich mich durchgraben? Ah, guck mal, ist schon Nummer 2 Bleh Das mochte ich nicht Im ersten Blink-Level Aber es ist easy pop easy hier Ich glaube, ich muss mich eigentlich nur darauf einlassen, dass sie wahrscheinlich genau richtig ausgehen Also von der Perspektive her, dass ich einfach nur X drücken muss, wenn sie stehen bleiben Und ich nicht gerade direkt am Rand stehe Bums So, Nummer 2 Nächster Bereich Ich denke mal nicht, dass er schwimmen kann Glaube ich einfach nicht Oh, der weiß glaube ich Der könnte knapp werden Sehr gut Guck mal, die Fledermäuse weh oder, äh, ist es einfach nur Energie-Wiederaufladungsstation 5000 Boah, was ist das denn für eine Mine? Spinner rasten auch komplett aus Bingo Bingo Okay, es ist nur Energie-Wiederaufladungs gewöhnt Scheint aber kurzes Level zu sein Vielleicht, vielleicht, vielleicht tue ich, äh, bin ich auch unrecht Ich kann mich halt nur noch an die, an die, äh, eine der ersten Aufnahmen erinnern, wo ich wirklich Wo ich wirklich, äh, längere Zeit gebraucht habe, um es zu schaffen Ja, es war klar Ähm Äh Okay, wie komme ich denn dann da, da, da drüber? Habe ich noch irgendeine Bewegung, die ich irgendwie vergessen habe oder so? Schwesternisch Und alle, hopp Dirty, dirty Welcome to die Ähm Keine Ahnung, ob das was bringt Haha, geil Okay Ach, der hätte es mir auch noch ein bisschen leichter machen können Was ist das Leuchtende? Achso, es sind Bomben, alles klar Oh, er kann ja auch mal sein, dass es mit den Bomben ausgehen, ne? Öh Ekelhaft Scheiße, ich glaube, ich habe ihn mal übersehen Da kann ich mich nur weiter eingraben, ne? Oh, scheiße Ja Sieht aus, könnte man sich da entlanghangeln, oder? Ich bin da, oh Die Plattform dahin habe ich einfach übersehen, oder ignoriert Eins von beiden muss es sein Komm her Bitte Ja, aber der dauert auch lange, bis das Ding mal runterkommt, ne? Warum ist die Musik so stressig? Nein Okay Okay Ich schieße mir doch mal ein bisschen durch die Gegend Das ist überhaupt eine passable Alter Halt dich da doch mal fest, du Arsch Oh, lass ich springen Ich kann sogar tatsächlich gefährlich werden Ich habe Angst, nach vorne zu springen Huijuiui Okay Hat funktioniert Zwei Spinnen Ich kann mal einen Winkel einschlagen Da treffe ich ihn auch in den Sack Ich hoffe mal nicht, dass er am besten ist da hinten Das könnte echt uncool werden Schmeißen wir einfach mal Können wir den so schmeißen? Das hat ja super funktioniert Er sieht ziemlich weit ausgesprungen, finde ich Okay, hat aber funktioniert Dann kann ich mir den Rest eben auch mal holen Und das Ei ist Noch nicht unser Bam So, gut gemacht Dankeschön War ja, war ja easy Fand ich das erste Level, glaube ich, schwieriger Uiuiui Einmal schön stricken Das Schöne ist, ich habe mir heute auch gar nichts mehr vor, ne? Ich würde nur nochmal aufs Rad gehen Duschi Hier, Spyro Ich habe ein Drachenei gefunden Ich wette, ein Lichtedelstein wäre dir lieber, ha? Ja Aber die kriege ich ja jetzt Ja, danach noch schön duschen gehen Oder vielleicht sogar Bahn Überlegen Oh, und dann einfach nur den ganzen Tag zocken Ja gut, werde ich schon genau aufhängen Zehn Stück, ja Wie beim letzten Mal Vom Level her hat sich zumindest Bei der ersten Aufnahme mit Blink Nix geändert gehabt Wir gehen jetzt mal unten lang wieder Also es war nicht länger Die waren einfach nur anders verteilt Die dunklen Edelsteinsplitter Wobei es eine richtige Edelsteinsplitter Keine Splitters Ja, machen wir jetzt auch Brauchen wir jetzt nicht alles einsam Ich weiß aber echt ja wirklich auch noch nicht genau Wofür wir jetzt noch Edelsteine brauchen, ne? Also wir haben die Upgrade, das haben wir geholt Immer wieder, äh, hier die Dinger holen Ist ja auch Käse Immer wieder die Dietrich holen Wir haben jetzt nur 500 pro Stück Das ist okay, so viel Kohle Gut, mal so ein bisschen die Munition aufstocken Von den extra Waffen Okay, aber Ansonsten Keine Ahnung Ah, ich bin so dumm Das war wirklich dumm von mir Ja, super Jetzt brauchen wir einen Geniestreich Ich mag aber, wie die Unterwelt hier aussieht So So Klärend bin ich gut Ich mag es nicht zu warten Vor allem nicht, wenn ich das irgendwie auf Zeit machen musste Was glücklicherweise nicht der Fall ist So So Der hätte nicht explodiert, ne? Danke Ja gut, aber zwei gab es gerade hier auch schon Bis hierhin Da muss ich ein bisschen überlegen Drin, drin, drin Einfach alles kaputt machen, weil wir kaputt machen können Aber das hat jetzt nicht so viel gebracht Ich will erstmal oben und lang gehen Ich glaub schon Da unten war eigentlich relativ beliegen Ah, das war auch nicht mal okay Schon bin ich mutiger Einmal geschaffen Schon Komplett größenwahnsinnig geworden Aber zehn Wie? Ups, falsche Taste Fünf ist okay, oder? Ich kann mich da gleich wirklich nur eintraben Das geht dann noch weiter Wie gesagt Im ersten Level mit Bling Ja, da unten geht's weiter, okay Gut, dass ich erstmal umgegangen bin Alles richtig gemacht So Hinschmeißen Pops Ah, okay Ich bin ja eigentlich schon fast So todesmutig Und springe hier einfach mal runter Nein, das hat nicht funktioniert Ja, war dumm War dumm Ist okay Ah, der versucht was wert Hätte auf jeden Fall ein bisschen Zeit gespart Aber nee, hätte ja auch nichts gebracht Ah, wobei Ich hätte ja nur bis zur Mitte wieder zurückkommen mussten Wäre ich nicht erst mal oben Mich komplett wieder zurückhangeln müssen Hup Oh, das war dumm Eieieie, es kann gefährlich werden Brrr Shit, 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 shit Töte ihn Werde mich denn So Ist er hingeschmissen? Nee, ne So Okay Das ist dann doch wieder Back, back Oh mein Gott War das knapp Oh mein Gott, war das knapp Mal kurz check on Zzzzzz Ja, so weit kommst du Oh Hab so wild Das kannst du schnell nicht spinnen, ne? Ich sehe aber, wenn ich mich durchgekramm hab, hab ich da eh wieder ein Save-Coin Von daher ist das halt so wild Äh, okay Du noch Hup Das war jetzt quasi wirklich einfach nur das erste Level, was wir jetzt gemacht haben Nicht schlecht Nicht schlecht geschossen Ah, guck mal, jetzt haben wir noch eine weitere Stufe von Sparks in Rot Gut zu wissen Oh, guck mal Oh, guck mal Oh, guck mal Noch Gegner Ausschau halten Ausfeld Solo Yep Warns und noch vier Kann man schon mal kaputt machen? Ich mag das voll, echt Du bist ein Terminator auch, ne? Padam, pam, padam Okay Oh, shit Ne, 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 ne Kann man auch zerstören, das seh ich doch Oh, shit Ich hab da schon irgendwelche Spinnenbebenflüge gesehen Guckst du da dran? Ja, schaffst du sogar Ja, so Ich bin ein bisschen durchs am Arsch auch durch, ne Wo ist seine Hitbox, du Arsch Ne, schaff ich nicht Treff ich leider nicht Bleh Neckliches Viech Brauch ich mal ein bisschen Energie, das wär ganz nice Okay, einer nur noch Wir verrecken jetzt Weil wir keine Kein Sparky Barky mehr haben Oder halt nicht, ne Warum fällst du denn? Boah, bist du Warum hast du eigentlich keine Hosen an? Finde ich immer echt irritierend Wenn wir die irgendwie Handschuhe anhaben Aber keine Hosen Und zwar immer Okay, das scheint noch ein bisschen zu Gehend hier für den letzten Kristall Edelstein Ja, okay, das sind noch Spinnen Das war klar Aber komisch, dass hier keine Spinnnester sind, ne Im ersten Level waren Bestand dann Drei Viertel des Levels aus Nestern Und das Schwierigere So ist gediegen, was das angeht Kein einziges Um mit Hot zu sein So, einfach weg Einfach weg Ich will das nicht nochmal machen müssen Aus irgendwelchen Doofheit Und Tada Völlig verschwommen Gut gemacht Oh, sehr gut Also haben wir jetzt auch schon wieder Lichtedelstein mehr Müsste jetzt, ich glaub 35 gewesen sein Robertin Lichtedelstein Weißt du Jedes Mal, wenn ich was aus der Erde hole Wird es da unten geräumiger Für mich Ne, 34 Ah, okay Ich glaube Ah, okay Ich hab vorhin irgendwie sehr gut Ich meine, ich bist du da lang, oder? Ja Dann komm ich dann hier endlich mein neues Level Weil Wenn das nicht der Fall ist Dann komm ich langsam echt so ein bisschen in den Spiel Weil ich nicht weiß, was ich machen soll Alter, was ist denn hier los? Okay, es hat auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß Wadda, wadda, wadda So So Ist das ein Hammerfuzi oder ein Axtfuzi? Ach Hey, ich bin dumm Moment